Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk mit Torben. Heute befassen wir uns wieder mit Ivan0135. Das ist dieser merkwürdige YouTube-Kanal, der vor über 10 Jahren 4 Videos hochgeladen hat. Mit, ähm, sag ich mal, lustigen Videos. Unter anderem halt von einem Außerirdischen. Also das Skinny-Bob-Video und das Family-Vacation-Video, das haben wir uns ja schon letztens einmal angeschaut. Und, ja, nach den ersten beiden Videos hat halt dieser Kanal kurze Zeit später eine Art Response-Video, also eine Art Antwort-Video hochgeladen, wo er halt eben ein bisschen aufräumt mit ein paar Dingen, die behauptet wurden in den Kommentaren. Und, ja, das wollen wir uns jetzt noch einmal angucken. Ivan0135. Als Antwort auf die Beiträge zu den Dokumenten. Das Material ist eine bearbeitete Zusammenstellung der uns vorliegenden Dokumente. Ihre Meinung und die Schlussfolgerungen, die Sie aus diesem Material ziehen, hängen nicht von uns ab. Vielleicht schauen Sie in die falsche Richtung. Sie sind diejenigen, die dieses Material ablehnen. Informationen, die irgendeine Behörde oder Person betreffen, werden nicht offengelegt. Es gibt keinen Hinweis, der dieses Material mit irgendeiner Organisation in Verbindung bringen könnte, die heute mit dem veröffentlichten Material arbeitet. Sie spekulieren jedoch und stellen Vermutungen über die Herkunft des Materials an. Das Material gehört nicht zu einem Film, einem Videospiel, einer Fernsehserie oder anderen kommerziellen Produkten, die bisher enthüllt wurden oder derzeit in Produktion sind. Niemand, der nicht dabei ist, kann beweisen, dass er der Eigentümer dieses Materials ist. Niemand, der nicht dabei ist, kann beweisen, dass er im Besitz des Originalmaterials ist. Die Offenbarung von weiterem Material wird von den Ereignissen und Personen abhängen. Ihr seid diejenigen, die ihre eigenen Fehlinformationen kreieren. Ja, das war das Response-Video von IWA 0135. Also IWA 0135 über Alien und UFO-Dokumente. Ich finde, wieder sehr sinnig. Ergibt auch wieder Sinn. Weil, ja, da wurde halt viel spekuliert. So nach dem Motto, ja, das ist Werbung hier, hatte ich ja letztens schon mal erzählt, wie mit diesem Schimpansen mit der Kalaschnikow, was dann im Endeffekt eigentlich nur Werbung war. Aber es wurde halt auf YouTube dargestellt wie ein Leaked-Footage quasi. Aber das ist hier halt nicht der Fall. Das wurde halt vor über zehn Jahren hochgeladen. Also all die vier Videos in einem kurzen Zeitraum. Und danach kam halt nie wieder irgendetwas. Und, ja, es hat ja bis jetzt auch noch niemand beweisen können, dass er Eigentümer des Materials ist oder mit dem Originalmaterial arbeitet. Also, da wurde auch nichts geleakt von irgendwelchen anderen Stellen. Deswegen, ja, deswegen mache ich auch diese Videos. Weil ich finde, dieser Kanal braucht viel mehr Aufmerksamkeit. Ich finde, jeder sollte sich mal diese Videos angeguckt haben. Vor allem halt das Skinny-Bob-Video. Und ich würde auch zu jedem sagen, eine Challenge. Macht das mal einer nach. Ich meine, es gibt Leute, die behaupten, ja, 2011, da konnte man das ganz einfach machen zu Hause mit Windows XP oder so. Aber im Endeffekt hat ja bis jetzt keiner so etwas kreieren können von der Qualität her. Also mit CGI. Das funktioniert einfach nicht. Also, es gibt ja auch ein paar Vergleiche, wo man quasi das Skinny-Bob-Video neben einem CGI-Video hält, sage ich mal, und das vergleicht. Man sieht einfach einen eindeutigen Unterschied. Das ist einfach, als würde man, keine Ahnung, einen Film vom Zweiten Weltkrieg oder so, wo man so die Straßen nimmt und die Leute da rumlatschen, mit irgendwie einem Computerspiel vergleichen. Also meiner Meinung nach, habe ich ja jetzt schon öfter mal gesagt, ich gehe zu 90% davon aus, dass das Material echt ist. Aber man kann es halt nicht beweisen. Also, das könnte auch noch besser aussehen. Das kann ja trotzdem keiner beweisen, dass es echt ist. Das ist halt auch das Problem. Das ist dann schon fast eine Glaubensfrage, würde ich fast behaupten. Aber, aber halt eine Glaubensfrage, wo ich zu 90% sage, ja, ich glaube, dass es echt ist. Also, ja, was ich eben gesagt habe mit der Challenge. Also, jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, ich meine, wenn wir zehn Jahre später, und wenn jemand sagt, ja, das kriege ich hin, also das Skinny-Bob-Video, ja, das ist kein Problem, das mache ich, dann macht das doch mal einer. Also, ich würde es auf jeden Fall auf diesem Kanal dann thematisieren, wenn das einer hinbekommt, zehn Jahre später, die Technik müsste ja weiter sein. Also, das müsste ja theoretisch möglich sein, das zu Hause nachzubauen, wenn man da affin ist. Aber, ja, das ist halt dann so eine Frage, ob das jemand hinkriegt oder ob es überhaupt jemand versucht. Ich gehe halt davon aus, dass das nicht so einfach nachmachbar ist, halt vor allem nicht vor zehn Jahren, wenn man sich allein schon mal so die Augenbrauen anguckt von Skinny-Bob und die Hände, wie der sich bewegt mit den Schattierungen und so. Ich finde, das ist schon sehr realitätsnah, sehr überzeugend, würde ich mal fast behaupten. Ja, dann habe ich das auch nochmal behandelt. Gut, dann können wir uns, glaube ich, auch noch einmal das allerletzte Video angucken. Das baue ich hier gleich mit ein, weil das war das erste Video, was der hochgeladen hat, der Kanal. Und das ist dieses Video hier. Wieder mit dem Projektor im Hintergrund. Ja, das ist halt eine richtige fliegende Untertasse. Ja, das war auch das kürzeste Video von den vier, aber das ist halt das erste, was er hochgeladen hat. Und da kann man ja an einer Stelle sehen, dass da wohl mindestens ein außerirdischer Tod am Boden liegt und scheinbar eine Untertasse abgestürzt ist oder so. Da würde ich sagen, das sehe ich immer so ein bisschen kritisch. Ich glaube nicht, dass irgendwie eine Zivilisation, die es schafft, bis zur Erde zu reisen, von einem anderen Sternensystem und ihre Wesen quasi... Also es schafft, dass diese Wesen auch bis dahin durchstehen von den Lebenserhaltungssystemen oder so, dass sie dann einfach abstürzen auf dem Planeten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich meine, sogar wir Menschen können ja schon Roboter auf dem Mars landen. Also ziemlich gut sogar. Da gehe ich mal davon aus, dass wir dann auch in weiterer Zukunft es schaffen werden, wahrscheinlich dann auch mit einem Autopiloten auf einem anderen Planeten zu landen. Weil die werden das Ding ja nicht selber fliegen. Also ich meine, selbst normale Piloten fliegen ja ihr Flugzeug auch nur beim Start und der Landung eigentlich. Und sonst macht das der Autopilot. Also wenn wir das schon können, dann gehe ich stark davon aus, dass Außerirdische das auch könnten und ja, dass die nicht einfach irgendwo abstürzen. Aber es kann natürlich gut sein, vielleicht, wenn das jetzt echt ist, das ist natürlich immer... Ich will das jetzt nicht immer dazu sagen, aber ihr wisst, wie ich denke, 90%. Es kann aber immer noch sein, dass es Fake ist, natürlich. Ja, aber vielleicht kann es ja sein, dass, wenn das dann der Fall ist, dass sie vielleicht die Untertasse abgeschossen haben oder so. Also das Militär, aber na gut, das ist natürlich wilde Spekulation. Aber ja, dieses Video ist auch mit das Unklarste, also was man da so erkennen kann. Es macht auf mich auch wieder den Eindruck, als wurde das nachträglich bearbeitet und verschlechtert von der Bildqualität. Auch dieser Projektor wieder im Hintergrund, habe ich ja bei dem anderen Video schon gesagt. Man hatte auch schon im Zweiten Weltkrieg Farbfilm und auch relativ gute Qualität Farbfilm. Und wenn das jetzt von 1961 war oder so, wo es hieß, also was ich im letzten Video gesagt habe, wo die die angeblich gefilmt haben, dann müsste die Qualität viel besser sein. Und das ist ja auch das Ding. Also, wenn die Qualität zu gut wäre und man würde zu viel erkennen und man hätte vielleicht 2011 schon erkannt, dass das kriegt man nicht hin im Studio, vielleicht wäre das dann auch ein bisschen too much. Vielleicht wäre das dann, sag ich mal, Hard Disclosure. Die wollen aber lieber Soft Disclosure. Dass man es immer noch anzweifeln kann. Ich meine, selbst ich zweifle das an, obwohl ich ja offen bin für solche Dinge. Also jetzt für reale Sachen. Jetzt, wie schon gesagt, das mit dem Alien-Rassenbuch, das ist ja eher so ein bisschen lustig. Das kann schon sein, dass da auch echte Informationen drin sind, habe ich ja schon öfter mal gesagt. Aber, ja, ich glaube, der Großteil stimmt einfach nicht. Also, wenn dann da behauptet wird, eine Rasse kommt von einem Planeten, aber, also, der in einem Sternenumkreis, der erst 600 Millionen Jahre alt ist, dann kann man halt schon gleich sagen, ja, das reicht einfach nicht, dass ich da, na, vielleicht reicht es, dass sich Einzeller entwickeln. Entschuldigung. Aber es reicht halt nicht, dass sich da eine Zivilisation entwickelt. Schon gar keine hoch, hoch fortgeschrittene Zivilisation, sag ich mal. Ja, das war das dritte und letzte Video von Ivan0135. Ja, ich hoffe, ihr checkt den Kanal mal aus. Ich werde den Kanal und auch das Response-Video in die Videobeschreibung packen. Ja, dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Zeit. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören und fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.